Hi Swisscom. Hi Swisscom. Selber. Ja halt, ich meine nicht dich, ich meine euch. 2019 war das Jahr der Innovationen. Wir haben als Pionier 5G im Markt eingeführt. Wir haben InOne Mobile Go lanciert. Ein Produkt, das unseren Kunden grenzenlose Kommunikation in Europa ermöglicht. Und mit der Swisscom Box haben wir die Grundlage gelegt für Smart Entertainment. Das sind drei Innovationen, die eine Basis bilden, auch für die Zukunft, wo wir darauf eine Vielzahl von neuen Sachen werden können aufbauen. Ich möchte diesen Moment aber auch nutzen, unseren Kunden zu danken. Darum singen wir ihnen doch ein Ständchen. Hey Swisscom, Musik ab! Ein Driving Home Focus. Ja, nicht dich, euch meine ich natürlich. Ja, nicht dich, euch meine ich. Vielen Dank. Vielen Dank. Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.